Mein Name ist Melanie Sommer und ich stehe hier im Backstage-Bereich von Project Nova Wrestling. Neben mir steht Ronaldo Shaqiri, der eben gerade ein ziemlich erfolgreiches Match hatte. Danke fürs Kompliment, Melli, dass mein Match ein wunderschönes Match war. Scheiß auf den Maniac, zur Seite mit Ihnen, ab nach Slowakei mit Ihnen. Reden wir über Nova 10. Da du es gerade ansprichst, es gibt Gerüchte, dass bei Project Nova 10, dass das hier dein letztes Match sein wird. Das stimmt auf jeden Fall. Bei Nova 10 wird mein letztes Match sein. Ich habe bei Nova alles erreicht. Ich war der Main-Event-Player Nummer 1 hier. Ich habe andere Ziele vorm Augen. Ich will einfach das Gesicht von der GWF werden. Ich will World Champion werden, Berlin Champion. Aber eine offene Sache, eine offene Rechnung habe ich noch mit einer gewissen Person. Heisenberg, Jemenjik, du zwei Meter stinkner Affenarsch. Vor eineinhalb Jahren hatten wir ein Match gegeneinander. Es war ein Unentschieden. Ich fordere dich auf jeden Fall heraus zu Nova 10 und ein Nordicum Match. Jemenjik, 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 Jemenjik. Jemenjik, Jemenjik, Jemenjik. Vielen Dank.